Ist hier sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Nein. Wieso hast du so lange gebraucht? Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt. Oh, ist der groß. Okay, jetzt müssen wir gegen den etwas größeren Gegner kämpfen. Mit dem Ausweichmuff müssen wir seinen Angriffen ausweichen. Ja, und genauso. Oh Gott, das war doch ganz heilig. Oh Gott, das war doch ganz heilig. Ah, fuck. Ohja. Ohja, das war nicht schüppend. So, jetzt tun wir aber demnächst mal jetzt fertig sein, oder? So, ich dachte, er rennt wieder. Oh. Okay, ah. Du wirst langsam zu ausrechenbar, Vance. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Arkem angeflogen. Ja, Batman tötet keine Leute. Batman, ich bin hier drüben. Ja, Upgrades. Mal schauen, was wir alles haben. Vermöglicht Batman nach einer 8-fachen Combo einen Wurfangriff. Hm. Mal sehen, was es hier noch so gibt als dieses. Das hört sich nicht schlecht an. Was ist das? Ich glaube mal, ich mach mal erst mal das hier. Dann kann ich ein bisschen mehr aushalten. Finde ich toll. Das ist aber hier noch so. Lass mal sehen. Okay. Und mehr haben wir jetzt noch nicht. Hier haben wir noch Karte und Ziele. Kann man die noch irgendwie... Ah, okay, gut. Gab's hier nicht auch noch. Nee. Ah, nee, ich glaub nicht. Eine Weltkarte oder so gab's hier nicht, weil man wird ja später noch mehrere Orte entdecken. Schnell, rein hier, bevor noch mehr von ihnen kommen. Okay, hallo. Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich hab Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Dann ruf mal die andere Zelle an. Hier stimmt fast nicht. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus. Ich will gar nicht fliehen. Ich hab viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tada. Oh, das hab ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, hab ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Das Transportsystem ist gestört. Das Besten ist. Du kannst die Tür öffnen, durch die du kamst. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Okay, hier haben wir jetzt noch. Hä? Ah ja. Jetzt wird mir hier das Ziel dann gezeigt. Okay. Dann. Ja, dann geh ich da mal hin, würde ich sagen. Batman. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat deinen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß aber. Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte. Okay, jetzt wenn ich schon dabei bin. Ich wollte jetzt eigentlich die Karte aufrufen. Ha. Aber. Das kam jetzt wohl irgendwie dazwischen. Okay, Karte und Ziele. Wie komme ich da am einfachsten hin, wenn ich nach links gehe? Vielen Dank, Karte. Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis übersehen? Das mit mir und Frankie geht lange zurück. Ich habe ihn vor ein paar Jahren als eine schwierige Lage befreit. Also wenn ich Sicherheitskuss brauche oder einen alten Mann niederschlagen will, dann weiß ich, wen ich fragen muss. Wie komisch dieser Ausdruck auf seinem Gesicht ist. Ja, die Fleder. Die habe ich ganz kurz mal abgefertigt. Wunderbar. Jetzt bin ich gleich da, wo ich sein muss. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan? Etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Boats gehört? Genau. Okay, jetzt kann ich hier... In speziellen... Ah. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. In speziellen Situationen kann man hier in der Ego-Perspektive nach, äh... Ich kann Alkohol-Spuren von Frank Spurgen in der Atmosphäre ausmachen. Die Reisen suchen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll. Folge ihr. Ich sammle alle Informationen zur Arcam, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Ja. Jetzt muss ich der Whisky-Spur folgen. Okay, hier ist keine mehr, was heißt... Ah ja, da. Man kann es ja sogar ein bisschen sehen. Was stimmt sich mit diesem Ding? Blöd. Unzuverlässig. Wie ist Joker freige... Sei still. Was ist los? Ha! Oh, 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 oh. Herr J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Holter! Oh! 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 Was ist passiert? Wie fandest du Badman? Jetzt kannst du uns nicht mehr folgen. Du bist noch unten gefangen. Wir fangen mit uns in der J. Ha! 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 Hm. Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Genau, dachte ich mir gerade. Ich glaube mal nicht, dass Batman da einfach unten warten wird. Denn er ist ja schließlich nicht umsonst Batman. Der findet einen Weg. Beziehungsweise ich finde einen Weg, denn ich spiele Batman gerade. Harleen Kusser. Nenn mich Harley. Jene macht das. Ich bin überrascht, dass du in Atem arbeiten willst. Ich fand extreme Persönlichkeiten schon immer interessant. Man kann nicht abstreiten, dass diese Supergängste einen Glamourfaktor besitzen. Ich warne dich. Das sind Hardcore-Psychos. Die meisten kennen dich lieber, als mit dir zu reden. Ich bin sicher, ich komm klar, Doktor. Die verspeisen dich zum Frühstück. Wirklich. Ein paar von denen gefällt das auch noch. Sei vorsichtig. Die Bänder, wenn ich sie finde, lasse ich abspielen, würde ich mal sagen. Gut, jetzt muss ich einen Weg nach oben finden. Nur frage ich mich, ob ich den hier drin suchen muss, oder? Doch direkt im Fahrstuhl schafft. Kann der noch irgendwas sagen? Ich glaube, das war Joker. Äh, echt? Ich hab's ihnen gesagt, er ist ein Monster. Sie sollten ihn grillen. Beruhige dich. Ich halte ihn auf. Okay, jetzt mal sehen. Ah. Das sieht doch schon mal wunderbar aus. Hey Benz! Ich weiß, du kannst mich hören. Ich hab hier was, was du dir anhören solltest. Ha! Frank und Frank sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus. Wie wollen sie an all den Wachen vorbeinkommen? Hüpfen wir mal zu. Hey Frank! Wo machst du? Es kommt noch mehr von Jokers Männern her. Sie sind auf dem Weg zum Anschaltseingang. Wir müssen verhindern, dass sie reinkommen. Schnell! Und jetzt zum Teufel, weißt du was? Boats! Frank, was machst du da? Dann leg das hin! Frank, was zum Teufel? Ja. Finn, es ist sicher. Bewegen Sie Ihren Arsch hier rüber. Du bist mir einer, Frankie. Ein Mädchen könnte sich in einen Wiesig verlieben. Oh! Schlaufe nicht mit der gemieteten Hilfsgap, mein Liebling. Es kommen Ihre Minuten auf der Wachen vorbei. Lass mich erkommen. Keine Angst, Süßer. Du weißt, ich hab nur Augen für dich. Hast du das gehört, Bass? Sieht aus, als ob das mit Frankie gut rum ist. Ein weiteres wertvolles Mitglied für die Organisation. Hm. Okay, okay. Die machen auf jeden Fall ernst. Das heißt, ich muss es auch tun. Oder nicht Batman oder so. Alle Patienten der Kategorie sind bei sich in Kontakt ruhig gestellt. Naja. Kryptische Symbole zu dechiffrieren. Wo denn? Ach da! Oh. Ah ja, genau, stimmt. Die kann man noch... Die kann man auch noch sammeln. Amadeus Arkem. Amadeus Arkem. Amadeus Arkem. Amadeus Arkem. Ich bin der Geist von Amadeus Arkem. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet, aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die See der Arkens geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Die Drachen haben nicht gerade alles gegeben. Ich dachte, ich schlag schneller zu, als der. Halt! 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 Amen.